Die Landeshauptstadt Potsdam ist ein großes, modernes, kommunales Dienstleistungsunternehmen. Mit ca. 2600 Beschäftigten bei uns im Haus bieten wir ganz, ganz vielfältige Aufgabenbereiche und Einsatzmöglichkeiten an. Man kann als Auszubildender und als Dualstudierender schon aktiv unsere Stadt mitgestalten. Wir stellen jedes Jahr so ungefähr um die 25 Auszubildende und Dualstudierende ein. Wir bieten tarifgerechte Bezahlung, wir haben 30 Tage Urlaub, wir haben gleich eine Arbeitszeit, man kann sich da flexibel aufstellen. Gerade aktuell ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz. Jetzt wird die Verwaltung mehr als den je gebraucht und auch die Auszubildenden und Dualstudierenden haben da einen wichtigen Anteil. Also wird die Verwaltung bevorste lance besser! Vielen Dank.